Ach da! Immer rechts durch die Stadt fahren? Es kommen Gegner! Entweder schatten wir sie aus oder nehmen ihre Basis ein! Los geht's! Diesen Bereich fokussieren! Ich habe die Schiff auf. Und zu bei den Bremsen sind sie dort raus. Hier kommt aus dem Bremsen an. Was ist die Schiff der Sektor? Ja, ich werde nicht auf der Kugel schockiert. Die Schiff der Schiff der Schiff baut. Damit ich mich wieder auf der Box schneller festfallen kann. Ich stehe hier schon mal ein kleiner, süßer Jagdunter 2. Dann kann man relativ leicht umfahren. Achtung! Gegner gesichtet! Wieso habe ich jetzt was im Auge? Das ist so praktisch. Ziel erpasst! Sauberer Treffer! Haben einen Gegner gefunden! Sie haben uns entdeckt! Geben Ziel frei! Schuss bereit! Nicht gut! Er ging nicht durch! Aber... Ha! Der ging voll durch Ihre Panzerung! Eine unserer Ketten ist zerstört! Wir sitzen fest! Kette wieder funktionstüchtig! Los geht's! Der Gegner zieht auf uns! Der Gegner 2, der stellt sich aus so etwas von Bitter! Der Gegner 2, der stellt sich aus sowas von Bitter! Ladeschütze tot! Wir können nicht mehr so schnell schießen! Verbindetes Fahrzeug ausgefallen! Gegnerfahrzeug ausgeschaltet! Feuererlaubnis erteilt. Täter wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Wirkungstreffer. Feuererlaubnis erteilt. Wir haben beide unser Panzerpäuern. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Die haben einen unserer Panzer zerstört. Der Gegner hat uns im Visier. Schuss bereit. Wir haben ihn im Korn. Er ist sauber durchgegangen. Wir haben einen unserer Panzer verloren. Wir haben sie böse erwischt. Kann der Uhu jetzt mal nach vorne gucken, bitte? Danke. Konzentriere dich auf diese Ecke. Der Gegner zieht auf uns. Scheiße. Gehe weg vom Ziel. Wir haben ihn im Korn. Die haben einen unserer Panzer zerstört. Auf diese Stelle konzentrieren. Ja, Macker. Du hast ein super Spiel abgeliefert. Wir haben es verstanden. Feuererlaubnis erteilt. Der Gegner hat uns im Visier. Verlasse ziel. Wir haben ihn im Korn. Wir haben ihn im Korn. Konzentriere dich auf diese Stelle. Feuererlaubnis erteilt. Geladen. Leg los. Wir haben sie böse erwischt. Der Gegner hat uns im Visier. Der Fahrer ist geliefert. Die Steuerung... Da steht auch noch ein Vorsicht unten, Leute, ey. Feuererlaubnis erteilt. Wir haben die Panzerung durchschlagen. Wir haben die Panzerung durchschlagen. Wir haben uns entdeckt. Feuererlaubnis erteilt. Der Gegner zielt auf uns! Gegner, Schrott treiben! Wir haben einen unserer Panzer verloren! Ei, ei, ei! Diesen Bereich fokussieren! Ziel erfassen! Oh, sinnlos! Der Gegner hat uns im Visier! Wir lassen! Leg los! Kein Durchschlagstreffer! Der ging voll durch ihre Panzer rum! Fahrzeug zerstört! Dreh dich bloß nicht! Ja! Das ist echt so! Super! Ey, wenns nicht reicht 5 Abschüsse und 17 Durchschlagstreffer zu machen! Weiß ich das auch nicht! 4400 Schaden! 5000 geblockt! Dreh!